Servus Leute, ich bin's Aron. Willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei meinem dritten Video mit dem Titel Doppelmoral der Linken. Heute machen wir mal ein kleines Road-Video, wie ihr seht, mal was anderes. Und ja, das Problem an der ganzen politischen Lage in Deutschland ist meiner Meinung nach, dass es einfach so ein Teufelskreis ist. Also praktisch nach 70 Jahren Umerziehung, nach 70 Jahren Gehirnwäsche, es ist einfach so, entweder du bist links, du bist gut, Refugee is welcome und so weiter und so fort, was ihr alle wisst, oder man ist ein Nazi. Und ich meine, Nazi ist einfach so eine Bezeichnung, wenn du die auferlegt bekommst, wenn du diesen Nazi-Stempel hast, dann bist du einfach schlechter, bist du unten durch. Und da ist zum Beispiel wieder das, was ich immer als Doppelmoral empfinde. Einerseits wird ja immer getan, ja, man muss alles tolerieren, Toleranz hier, und man ist ja auch so ein guter Mensch, und man kann ja zum Beispiel einen schwer kriminellen afghanischen Flüchtling nicht abschieben, weil es ja menschenunwürdig ist, aber wenn es um das Thema Nazis geht, da ist jedes Mittel recht, andere Leute zu denunzieren, runterzumachen. Als Beispiel die AfD-Politikerin, die als Nazi-Schlampe bezeichnet wurde, also da geht alles, da ist auf einmal mit der Toleranz nicht so weit. Ja, und das habe ich ja in meinem ersten Video schon erwähnt, das erinnert mich immer ein bisschen so ans Mittelalter oder eben auch ans Dritte Reich teilweise, wo man einfach, ja, wie ich sage, wenn man anderer Meinung ist, und man eben einfach diesen Stempel hat, im Mittelalter war es Hexe, im Dritten Reich war es Jude, und jetzt ist es einfach Nazi. Da bist du mehr oder weniger vogelfrei. Was natürlich viele Leute dann eben dazu bringt, einfach die Fresse zu halten, vielleicht sich eben zu denken, irgendwas stimmte nicht, aber letzten Endes eben einfach, ja, man muss halt aufpassen. Keine Job kosten, soziale Ächtung nach sich ziehen und so weiter und so fort. Also ist es ja eigentlich mit der linken Toleranz nicht so wirklich weit. Und ich meine, ich will das Video halt jetzt relativ kurz halten, weil das Thema eben relativ komplex ist. Wenn ich jetzt auf jedes Argument jetzt eingehen würde, was in dieser linken Denkweise falsch ist, würde das Video wahrscheinlich zwei Stunden dauern. Deshalb habe ich jetzt einfach mal ein paar Stichpunkte herausgeschrieben, die ich halt jetzt mal erläutere, um mal zu zeigen, wie falsch das eigentlich das Ganze ist. Das Problem bei der linken Denkweise ist immer, links ist immer gut, und die Argumente klingen ja eigentlich auch immer recht logisch. Zum Beispiel wird man, wenn man mit linken diskutiert, immer wieder das Argument bekommen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, dass wir Deutschen eben zum Beispiel aussterben. Dass, ähm, also dass, oder man sagt, man zieht jetzt zum Beispiel jemanden, der einen deutschen Pass hat, aber ein Ausländer ist, nicht als Deutscher an. Ist man sofort ein richtiger Nazi, ja. Das ist absoluter Rassismus von den Linken ausgesehen. Ja, man kann das ja nicht sagen, man kann ja nicht, ähm, jeder, der in Deutschland geboren ist, einen deutschen Pass hat, ist ein Deutscher. Wie gesagt, das ist Rassismus. Und jetzt will ich mal drauf eingehen, dass komischerweise diese Linken, ja, die sind ja Rassismus selber betreiben. Bloß, das ist denen in ihren Augen wiederum, also wenn sie das selber betreiben, seltsamerweise gut ist. Da fällt mir jetzt als Beispiel Bushido ein, der Rapper, hat einen Integrationspreis bekommen. Ich meine, man kann jetzt von dem Herrn halten, was man will. Also, die Frage stellt sich mir eh, warum der einen Integrationspreis bekommt, aber das ist ein anderes Thema. Sachlage ist, er ist ja Deutscher. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater ist, ähm, Tunesier. Er ist bei seiner deutschen Mutter aufgewachsen, kann nur Deutsch, ähm, sein Vater hat ja die Familie damals verlassen. Es gibt ja auch ein Lied von ihm, Reich mir nicht, deine Hand heißt es, wo er ja seinen Vater praktisch anklagt, dass er damals nicht da war. Also dieser Bushido ist praktisch komplett Deutsch aufgewachsen, in Deutschland geboren. Kriegt aber einen Integrationspreis. Das ist ja irgendwie wieder unlogisch. Warum bekommt er einen Integrationspreis, wenn er ja Deutscher ist? Hallo? Passt ja irgendwie nicht. Und dieses, ähm, diese Doppelmoral, die zieht sich eigentlich eben durch komplett das ganze, das ganze Denken in diesem Staat. Habe ich noch ein anderes Beispiel. Eine deutsche, weiße Mutter hat von einem schwarzenen Kind. Der Vater hat sie auch eben, sag ich mal, verlassen. Das Kind wächst komplett, ähm, bei der alleinerziehenden Mutter auf. Und ist natürlich, äußerlich natürlich, ähm, sieht man, dass er nicht rein Deutsch ist, wenn man das so sagen darf, ohne jetzt gleich wieder als Rassist hingestellt zu werden. Aber ich denke mal, jeder weiß, was ich meine. Man sieht, dass er einfach, ähm, keine europäischen, deutschen Wurzeln hat, sodass da noch was anderes dabei ist und wird dementsprechend natürlich auch so angesehen. Ist ja klar. Ich meine, wenn ich jetzt nach China gehe, mal angenommen, meine Eltern wären damals nach China gezogen, hätten mich dort bekommen, ich hätte einen chinesischen Namen, ich würde perfekt chinesisch sprechen. Ich würde trotzdem nie ein Chineser sein und ich würde trotzdem immer als Ausländer angesehen werden oder halt irgendwie als fremd. Ist halt einfach, ist halt einfach normal in der menschlichen Natur, sag ich mal. Und da gibt es eben auch solche, eben, deutschen Mütter, zum Beispiel mit einem schwarzen Kind, die dann sagen, äh, mein Kind wird, ähm, rassistisch behandelt, es wird gefragt, wo es herkommt, wo die Wurzeln liegen, wo es ja deutsch ist, das ist genauso deutsch wie alle anderen Kinder und so weiter und so fort. Also da wird immer auf diese Rassismus-Schiene aufgesprungen, das ist auch so ein typisches linkes Ding, dass man sagt, man pickt sich immer die Rosinen raus. Also da kann man sich ein bisschen wichtig machen, eben, ähm, die ganze, auf die Gesellschaft natürlich wieder schimpfen, was komischerweise kein Rassismus ist, dass man eben ständig ja den deutschen Rassismus unterstellt. Ich meine, klar, wenn jetzt eine, weiß ich, deutsche Omi dann die Mutter fragt, ja, wo kommt das Kind her, das ist ja ein süßes, ähm, schwarzes Kind, ja, wo sind die Wurzeln? Dann sagt, wo die Oma als Nazi-Oma mehr oder weniger abgestempelt. Und ja, das Lustige ist, wiederum, ähm, die Mutter dann, die ja das schwarze Kind praktisch, sagt, das Kind ist genauso deutsch wie alle anderen Kinder, habe ich auch schon oft gehört, so was, schickt dann ihr Kind zum Beispiel an irgendeine, später an irgendeine Schule, Sprachschule, wo es dann die Muttersprache lernt, ja, also, sagen wir mal, der Vater ist, kommt aus Ghana und dann sollte es diese Sprache des Landes noch lernen, um seine Wurzeln kennenzulernen. Also, wie gesagt, wird wahrscheinlich jeder kennen solche Fälle, entweder ist das Kind jetzt deutsch oder es ist nicht deutsch. Und ich meine, ich kann ja nicht einerseits Leute verurteilen, die jetzt praktisch irgendwie darauf hinweisen, dass das Kind ja noch andere Wurzeln hat und die als Rassisten beschimpfen, aber andererseits dann wiederum voller Stolz erzählen, dass mein Mischlingskind ja unbedingt die Wurzeln seines Vaters kennenlernen soll und so weiter und so fort. Also, es ist immer so eine Doppelmoral eben. Und wie gesagt, diese ganzen Argumente der Linken klingen immer alle recht logisch, an und für sich, aber wenn man halt mal näher drauf eingeht, dann wird man halt schnell feststellen, dass es eigentlich, ja, unlogisch ist, dass es einfach nicht irgendwie, eigentlich teilweise gar keinen Sinn macht. Eben. Beispiel Bushido, kriegt einen Integrationspreis, obwohl er ja eigentlich, so gesehen, ja kein Ausländer ist. Er ist ja sogar wirklich in Deutschland geboren, ist ja wirklich deutsch aufgewachsen, seine Mutter ist ja wirklich Deutsche. Also, wie kann das sein? Oder eben, die Mutter sagt, ja, mein Kind ist genauso deutsch wie alle anderen, das Mischlingskind. Andererseits erzählt es voller Stolz von der, dass das Kind die Wurzeln kennenlernen soll. Was zum Beispiel auch wieder so eine Doppelmoral ist. Wenn ich jetzt als Deutscher mit einer deutschen Frau ein Kind habe und ich sage, ja, ich will, dass mein Kind seine Wurzeln kennenlernt, seine Vergangenheit kennenlernt und ich rede jetzt nicht von zwölf Jahren Nazi-Herrschaft, die germanischen Wurzeln kennenlernt, zack, wäre ich ein absoluter Vollrassist, ein absoluter Nazi, sowas darf man eigentlich nicht mal denken und eben mit diesem Stempel als Rassist oder als Nazi, inwiefern auch immer das definiert wird, weil das ist ja auch immer so ein schwammiger Begriff, werde ich im Prinzip sofort von der Gesellschaft ausgestoßen. Weiß jeder, dass es so ist, so wie ich sage, auch jeder Linke und ich sage halt immer so, es heißt im Grundgesetz, jeder Mensch ist gleich, aber da sollte auch jeder Mensch gleich behandelt werden und ich meine, entweder es gibt keine Rassen, es gibt keine Nationen und man darf nicht stolz auf seine Herkunft sein, dann muss es aber für jeden gelten und nicht bloß für bestimmte Leute und ich sehe halt immer, dass es in Deutschland, was eben total lächerlich ist, jeder, der sich offen dazu bekennt, eben deutsch zu sein, stolz darauf auf seine Herkunft zu sein, diskriminiert wird, während es bei Ausländern zum Beispiel nicht der Fall ist. Zum Beispiel jeder Türkei kann stolz sagen, ich bin Türkei, ich bin stolz drauf, wird sogar noch gefeiert, weil ja die Leute ihre Wurzeln kennen sollen. Also alles immer so eine Doppelmoral. Genau. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema und zwar dieses Argument, mit dem jeder, der einen deutschen Pass hat, ist ein Deutscher. Wenn ich jetzt sagen würde, jeder, ich nehme das als Beispiel mal einen Türken, sagt, ja, ich bin zwar, ich habe zwar türkische Wurzeln, aber ich sehe mich 100% als Deutscher, dann wäre das ja alles kein Problem. Dann würde ich sagen, okay, jeder, der das jetzt anzweifelt und sagt, ja, das ist ein Türkei, den sehe ich nicht als Deutscher, ist ein Rassist, okay. Aber das Witzige ist ja, ich habe so viele Ausländische getroffen, Türken, die perfekt Deutsch sprechen, die mit, was ich, mit bayerischem Dialekt reden, die hier total integriert sind, die sich aber trotzdem als Türken sehen, die ihre Wurzeln nicht vergessen, die ja sogar selber sagen, dass der deutsche Pass ein Stück Papier ist und nicht mehr und nicht weniger. Und letzten Endes klar, so wie am Beispiel mit China, wenn ich jetzt in China leben würde, ich die chinesische Staatsbürgerschaft habe, ich kann noch so in die chinesische Kultur leben, ich kann perfekt chinesisch sprechen, ich kann mich besser in der Kultur, der chinesischen Kultur auskennen als ein Chinese, ich werde trotzdem immer ein Ausländer bleiben. Das Ganze ist einfach so, das deutsche Volk oder die deutsche Nation ist einfach über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen. Und es geht halt einfach nicht, dass jetzt einfach ein Volk, ein anderes Volk praktisch hier reinkommt, wie jetzt in zum Beispiel Türken, die ja auch eine große Geschichte haben, die eine Vergangenheit haben und jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt einen deutschen Pass, ich bin jetzt Deutscher. Ist einfach so. Ich sehe der Mensch jetzt seine Wurzeln und auch die Frage, weil ja viele Linke sagen, als was wird denn Deutsch definiert? Ich meine, Deutsch wird meiner Meinung nach zum einen natürlich nach Herkunft definiert. Ich meine, ich bin Deutscher, meine Eltern sind Deutsche, meine Vorfahren sind Deutsche. Wenn ich jetzt Ahnenforschung betreiben würde, kann auch sein, dass da vor 200, 300 Jahren irgendwas anderes dabei war, klar. Aber trotzdem, ich bin einfach Deutscher, so wie ein Türke einfach Türke ist und ich meine, ich weiß nicht, was das Problem dabei ist. Denn Inder wird sich immer als Inder sehen. Und da kommt auch keiner her und sagt, ja, wieso, wie definiert man denn jetzt Inder sein? Oder wie definiert man Japaner sein? Klar, alles sehr komplex, alles sehr kompliziert teilweise. Auch jetzt durch die ganze Masseneinwanderung, eben Ausländer, die seit in der vierten Generation hier leben und so weiter und so fort. Darum sage ich auch zum Beispiel, jeder, der ein Ausländer ist oder halt Migrationshintergrund hat, aber sich als Deutscher sieht und zu diesem Land steht, würde ich auch oder akzeptiere ich auch als Deutschen. Nur, ich habe mal wirklich noch keinen, also normalerweise, kein Ausländer, der kann noch so lang hier geboren sein oder lang hier leben, kann einen deutschen Pass haben, sieht sich als Deutscher. Ganz im Gegenteil. Ich meine, die meisten Ausländer sagen ja selber, ich bin total stolz darauf, Ausländer zu sein. Ich bin stolz zur Türkei. Es gibt ja teilweise Ausländer, die würden es ja sogar als Beleidigung sehen, wenn man sich als Deutscher sieht. Zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich auch schon gehabt, du triffst jemanden, der sieht halt europäisch aus, ja? Fragst du ja, ob er zum Beispiel ein Deutscher ist. Nein, ich bin kein Deutscher, ich bin halber Pole oder ich bin Pole. Wo halt ist ja wirklich so, das ist auch so ein Problem, eben durch diese ganze Gehirnwäsche, dass es im Prinzip ja mehr oder weniger schon, dass man sich erschämen muss, praktisch Deutscher zu sein. Weil einem ja von immer, von klein auf eingeredet wird, wir sind die Bösen, wir sind die Nazis, sei alles, was du willst, sei, sei ein Türkei, sei ein Pole, sei ein Chinese, was auch immer, aber sei bloß kein Deutscher, weil Deutscher ist Nazi, ja? Jetzt will ich das Video nicht so ewig lang rausziehen, falls Interesse besteht. Falls euch das Video gefallen hat, werde ich auch gerne noch weitere Videos zu dem Thema drehen, noch andere Aspekte beleuchten, auch was diese Doppelmoral betrifft oder halt andere eben Aspekte der ganzen Thematik. Wie gesagt, wenn ich jetzt eben auf alles eingehe, das Video würde wahrscheinlich mehrere Tage dauern. Was ich jetzt zum Schluss noch ein kleines Beispiel, was ich noch bringen will, ist, was ich mal vielleicht auch schon der eine oder andere auf Facebook zum Beispiel mal gesehen hat, so dieses Argument, du fährst, also dein Auto ist ein Japaner, dein Essen, deine Pizza ist italienisch, deine Schrift ist arabisch, dein, keine Ahnung, dein Handy ist japanisch oder etc., aber dein Nachbar ist nur ein scheiß Ausländer. Das ist ja immer so ein Argument zum Beispiel, was von Linken kommt, so ein Bild, so nach dem Motto, du als Deutscher, du hast so viele ausländische Sachen, aber beschwärst über Ausländer. Und da muss ich jetzt eben sagen, das habe ich in meinem ersten Video auch schon erwähnt, welcher Deutsche beschwert sich dann wirklich über Ausländer. Ich meine, ich habe nichts gegen Ausländer, aber ich habe auch zum einen ein Interesse daran, dass mein Volk weiter besteht, meine Kultur weiter besteht und dass mein Land, mein Volk respektiert wird. Und darauf hat, auf dieses Recht hat jedes Volk. Und ich meine, etwas, das ist ja etwas, was in jedem anderen Land als ganz normal gilt, also auch Patriotismus zum Beispiel. In jedem anderen Land ist das, was hier als Nazi, was rechts gilt, ist in jedem anderen Land einfach ganz normal. Und wenn ich jetzt ein Problem damit habe, dass hier unzählige Asylanten reinkommen, von denen teilweise nicht mal die Identität bekannt ist, Leute vom IS, die hier Terroranschläge planen, die hier damit drohen Ungläubige wegzusprengen und Frauen vergewaltigen, wenn ich damit ein Problem habe und ich deshalb ein Nazi bin, tut es mir leid. Und ich meine, wenn jetzt eine Gruppe von Deutschen eine ausländische Frau vergewaltigen, dann würde ich das genauso wohl verteilen, weil es halt einfach scheiße ist. Das ist ja auch immer das, eben. Wenn man sowas ankreidet, wenn ich jetzt sage, ich finde es scheiße, dass es kriminelle Ausländer gibt, irgendwelche arabischen Familienklats, die hier Drogengeschäfte machen, Prostitution betreiben, Frauen vergewaltigt werden, irgendwelche ausländischen Gangs, Leute belästigen, zusammenschlagen oder was auch immer, das ist eben dieser Teufelskreis, den ich am Anfang angesprochen habe. Dann bin ich ein Nazi. Aber ich sage, das hat ja nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Ich habe ja nichts gegen Ausländer. Ich habe was gegen Ausländer, die scheiße bauen. Genauso wie ich was gegen Deutsche habe, die scheiße bauen. Das ist beispielsweise auch so ein Argument von Linken, dass es immer heißt, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, richtig, ich habe nichts gegen Ausländer, aber ich habe ein Problem mit Ausländern, die scheiße bauen. Genauso wie ich ein Problem habe, mit Deutschen, die scheiße bauen. Wo ist der Fehler daran? Wo ist das Problem? In jedem anderen Land werden kriminelle Ausländer genauso abgeschoben und keiner regt sich darüber auf, keiner interessiert es. Wenn ich jetzt nach Saudi-Arabien gehen würde und dort eine Frau belästigen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht mal mehr lebend aus dem Land rauskommen. Und jeder, der das Video sieht, weiß, dass ich recht habe, in dem, was ich sage. Und jetzt nochmal zum Abschluss auf das Bild zurückzukommen, eben mit, wir haben ja so viele ausländische Einflüsse, aber der Nachbar ist ja bloß ein scheiß Ausländer. Ist natürlich Bullshit. Weil eben, Ausländer, die sich hier integrieren, Ausländer, die dieses Land respektieren, die mich, mein Volk respektieren, sind hier herzlich willkommen. Ich habe ein Problem mit Ausländern, die hierher kommen, die Kohle kassieren, sich hier absolut keinerlei integrieren, die hier seit 20 Jahren leben, von deutschen Steuergeldern leben, die übrigens auch Ausländer, die hier integriert sind und arbeiten zahlen, hier auf Deutschland schimpfen, ja, auf Deutsche schimpfen, aber nicht auf die Reihe bringen, nach 20 Jahren deutsch zu können und sich dann beschweren, dass wir alle Nazis sind, ja, auf solche Leute muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich einfach scheißen, ja, und da kann ich genauso das Argument bringen, an irgendwelche Linken, die zum Beispiel sagen, oder an Ausländer, die sagen, ja, Deutschland ist scheiße, die ist das, kann ich auch sagen, hey, du fährst in BMW, du fährst ein deutsches Auto, du lebst von deutschem Geld, du lebst in Deutschland, aber Deutschland ist nur noch scheiße. An solche Leute, an solche Linken, an solche Ausländer zum Beispiel, muss ich einfach sagen, ganz ehrlich, dann verpisst euch, keiner vermisst euch hier, keiner braucht euch hier. Ich muss sagen, ihr regt mich jetzt ein bisschen drüber auf, aber sowas, weil es schlimm ist, wenn man sowas sagt, dann heißt es, man ist Nazi, aber ganz ehrlich, wir sind, es gibt heutzutage Mittel und Wege, wenn, wenn ich sage, ich lebe hier in diesem Land, ich komme hier nicht klar mit den Leuten, mit der Bevölkerung, mit der Kultur, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben, dann bitte, dann geht's, dann sucht euch ein anderes Land, wo ihr hingehen könnt, an alle Linken, an alle deutschen Linken und eben an alle Ausländer, die ja eh so stolz dann auf ihre Heimat zum Beispiel sind, die hier rumlaufen und sagen, ja, ich bin ja stolze Türkei, dann geht's zurück in die Türkei, lebt's dort eure Kultur, lebt's unter eures Gleichen, dann braucht ihr euch nicht über die Deutschen aufregen. Ich meine, das ist einfach diese Doppelmoral. Wenn ich sowas angreide, dann bin ich ein Nazi. Ja, ich komme jetzt zum Ende. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da auf meinem Kanal. Es werden auch noch weitere Videos kommen, eben zum Teil, wenn Interesse besteht an politischen Themen. Da ich eben ja auch ein sehr politisch interessierter Mensch bin, werde ich da auf jeden Fall noch was bringen. Aber auch eben zu anderen Themen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, zum Beispiel im Cineform eben mal, so wie ich jetzt zum Beispiel zu Stephen King's eh eine Filmkritik gemacht habe, eine Filmkritik zu irgendwas, ne, also nicht Buchvorstellungen, irgendwie Fitnesstipps, was ihr sehen wollt, sagt's mir. Ich werde mir auf jeden Fall der Mühe geben und schauen, dass ich das verwirkliche. Und ja, zumindest komme ich jetzt zum Abschluss und sage einfach, haut rein Leute und bleibt sauber. Peace out.